Hallo, mein Name ist Severin Wiesmüller, Produktmanager für HMI & Electronics bei Rosenbauer. Heute stelle ich euch die Bedienung des RTE-Robot vor und dabei ist Einfachheit Trumpf. Wenn der RTE-Robot ausschließlich für Transportaufgaben eingesetzt wird, reicht die Basisfernbedienung. Mit nur einem Joystick wird dabei die Bewegung kinderleicht gesteuert. Die Status-LEDs geben Auskunft über den Ladezustand der Fernbedienung und des Roboters. Für den Einsatz als Löschroboter gibt es einen zweiten Joystick. So kann man fahren und zugleich den Werfer steuern. Strahl- und Mengenverstellung sowie Wassermarsch funktionieren dabei genauso, wie man es von den anderen Rosenbauer Werferfernbedienungen kennt. Für den RTE-Robot gibt es auch eine Fernbedienung in der Variante T5 mit 3,5 Zoll Display. Dort werden die Bilder der beiden Werferkameras angezeigt. Zusätzlich sind Tasten zur Bedienung von weiteren Aufbaumodulen wie zum Beispiel einem Lüfter vorhanden. Alle Fernbedienungen sind nicht nur intuitiv, sondern auch äußerst robust, vollkommen staubdicht und geschützt vor Strahlwasser aus jedem Winkel. Die Wechsel-Akkus sorgen dafür, dass man auch bei längeren Einsätzen immer betriebsbereit bleibt. Man sieht, die Bedienung des RTE-Robot ist nicht nur spielend einfach, sondern auch perfekt für den rauen Einsatzalltag geeignet. Weitere Informationen zu unseren Produkten findet ihr auf www.grosenbauer.com www.grosenbauer.com